Hitradio FFH. Anke's Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Ich würde auch gerne mal ins Weltall fliegen. Um endlich mal auf der Höhe deiner Benzinpreise zu sein. Ich mein wegen den ganzen Milliardären. Stimmt, die geben sich ja zur Zeit die Himmelstürklinke in die Hand. Der Amazon-Chef ist ja der Nächste. Ich kenne viele Einzelhändler, die den gern auf den Mond schießen würden. Einmal die Vier und den Amazon-Gutschein hier. Momentchen mal bitte. Stefan, vielleicht begegnet der Amazon-Chef da oben ja außerirdischem Leben. Ich komm lieber in deine Tanke. Wieso? Mir langt schon unterirdisches Leben. Also der 57-jährige Amazon-Gründer Jeff Bezos hat übrigens am 5. Juli nach fast drei Jahrzehnten die Amazon-Konzernleitung niedergelegt, um sich ganz dem Abenteuer-Weltraum zu widmen. Anke, ich wäre ja auch gern Astronaut geworden, wie mein Vater. Der war Astronaut? Nee, der wäre auch gern Astronaut geworden. Leck mich doch am Mars. Mach 339 Euro. Sammeln Sie NASA-Punkte? Haben Sie eine Umlaufbahn-Card? Oder sind Sie im E.T. Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich bei Hitradio FFH. Und mit allen anderen Highlights im Guten Morgen Hessen Podcast. Bei FFH im Web und in der App.